In diesem Video geht es um den Wiener Kongress. Ich erkläre dir, warum der Wiener Kongress einberufen wurde und was bei den Beratungen beschlossen wurde. Im Wiener Kongress geht es um die Neuordnung von Europa nach Napoleon. Nach dem Sieg gegen Napoleon laden England, Russland, Preußen und Österreich 1814 zum Wiener Kongress ein. Vertreter von etwa 200 europäischen Staaten und Städten beraten, wie Europa politisch und von den Landesgrenzen geordnet werden soll. Geleitet wird der Kongress vom österreichischen Kanzler Fürst Clemens von Metternich. Neben den offiziellen Verhandlungen finden für die Vertreter dieser Länder Feste, Bälle und Konzerte statt. Man sagte, der Kongress tanzt. Diese Veranstaltungen werden dafür genutzt, in lockerer Atmosphäre inoffiziell miteinander zu reden und Spannungen abzubauen. Der Kongress dauerte insgesamt fast neun Monate. Ein Ziel des Kongresses war, dass die politische Ordnung von vor der französischen Revolution wiederhergestellt wird. Das bezeichnet man als Restauration. Unter Legitimität versteht man den Anspruch der Fürsten auf Macht aufgrund von ihrer Geburt in die Herrscherfamilie. Die Fürsten vereinbaren Solidarität im gemeinsamen Kampf gegen revolutionäre Bewegungen. Außerdem versucht man, ein Gleichgewicht der Mächte in Europa herzustellen, um zukünftige Kriege zu verhindern. Der Zar von Russland, der Kaiser von Österreich sowie der König von Preußen schließen die sogenannte Heilige Allianz. Sie versprechen sich gegenseitig, dass sie gemeinsam gegen alle vorgehen, die die Ordnung stören. Frankreich muss eroberte Gebiete abgeben, hat wieder die Grenzen von vor der Revolution und wird wieder zum Königreich. Belgien und die Niederlande werden zu einem Königreich vereinigt, Schweden und Norwegen werden vereinigt. Österreich bekommt Salzburg, Tirol und einige Gebiete in Norditalien. Außerdem wird der Kirchenstaat wiederhergestellt und die Schweiz bleibt für immer neutral. Es wird kein deutscher Bundesstaat geschaffen. 35 Fürstentümer, vier freie Städte sowie die deutschen Teile von Österreich und Preußen werden zum Deutschen Bund zusammengefasst. Der Deutsche Bund ist auf dieser Karte mit der roten Karte gekennzeichnet.